Zum Höhepunkt des Uelzhäuser Karnevalstreibens stand der Zierenberger Stadtteil am Sonntag Kopf. Über 4000 Zuschauer säumten die Straßen, die dank Konfettiregen, jeder Menge guter Laune und donnerndem Lallabum zur riesigen Partymeile wurden. Lallabum und herzlichen Grüße aus dem sonnigen Uelzhäuse. Ich als Vorsitzender vom ÖCV möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem diesjährigen Karnevalsumzug. Wir haben wieder an die 30 Beiträge, die alle eigentlich wunderschön sind, zusammenbekommen dieses Jahr. Die Gruppen haben ca. 8 Wochen gearbeitet, manchmal härter, manchmal nicht so hart, aber wir hatten alle viel Spaß und der Zusammenhalt im Dorf, der passt einfach dadurch. Ganz besonders freut mich, dass wir an die 70 Tanzmädchen, UCV-Tanzmädchen, wieder begrüßen dürfen. Die Zahl wächst immer mehr, die Anfragen sind da. Das freut uns ganz besonders. Wir werden auch diesen Umzug eröffnen, gefolgt von vielen, vielen schönen Beiträgen. Unter anderem sind dabei Harlekins, wir haben dabei Ego-Motive, also viele, viele schöne Sassiwa dessen. Und natürlich unser diesjähriges Prinzenpaar Alexander I. und Alexandra I., die gestern Abend schon ein wunderbares Programm geleitet haben oder mit uns gefühlt haben. Und ich sage einfach mal, die Sonne lacht und wir auch. Lallabum! 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 Lallabum!